Hatschi! 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 Hi Leute, ich bin Ava Böker und bald alles Ava-Gin und heute ist Mauer dabei. Hello! Und heute bist du in Among Us mein Lackvogel. Ich bin heute Bait, wie die Ava dazu sagt. Ich bin ein Köder, ein Köder in Among Us. Und ich soll getötet werden, damit die Ava weiß, wer der Imposter ist. Wer hat sich das denn ausgedacht? Ich. Ich arme. Ich weiß noch nicht mehr, wie man das Spiel spielt. Ich kann mich da noch nicht mal bewegen. Guck, glaub mal. Ach so, ja, hier. Ich wollte gerade sagen, guck, ich bewege mich hier mit den Dingen. Komm, bleib, nein, hier. Komm, nein, geradeaus. Hier, zu mir, zu meinem Hund, zu meinem Hund. Guck. Hier, nein, nein, ich bleib stehen. Ich weiß dann nie, wann man stehen bleiben muss. Auf jeden Fall bin ich angezogen wie Essen, weil ich ja ein Köder bin. Warte mal, ich kann es so machen, dass du Susanna... Jetzt, ja, stimmt. Die Ava ist ein Polizist. Und ich heiße, du bist suspicious. Genau, ich heiße Jade. Eigentlich müsste ich heißen, du arme Socke. Oder alles Käse. Und wir warten jetzt, bis hier jemand in unser Spiel reinkommt. Das kann dauern. Ava hat jetzt schnell auf Instagram euch Bescheid gesagt, dass wir Mangers spielen. Wir haben nämlich spontan beschlossen, ihr könnt mitspielen. Deswegen steht jetzt hier auch ein anderer Code. Und ich bin mal gespannt, wie schnell ihr seid, dazu zu kommen. Und geht's! Komm, Leute, mehr rein! Wir sind alle fünf. Okay, Gott, jetzt fangen wir einfach an. Ich will nicht bis zu Ava. Dann machen wir nur mit neun Leuten. Okay, du darfst nicht Impostor sein, Alice Kate. Okay, der ist one Impostor. Du musst mir folgen. Mama, du musst mir folgen. Okay, was bin ich jetzt? Du bist Crewmate. Ah! Komm, du musst... Nein! Oh, wo bist du denn? Mama, folge mir! Ja, bitte nicht so schnell laufen. Dann folgst du mir. Nein! Du musst, dass irgendwo so den Security-Kameras gehen. Ja, ich weiß doch gar nicht, wie man läuft. Okay, du lauf ganz langsam, immer stehen bleiben. Okay, du musst hier für den Rest des Spieles nur stehen. Wo? Nein, hier! Wo? Oh, Gott, ich kann so schlecht laufen. Da? Ja, da. Bleib da stehen. Wirklich dichtig. Darf ich mich jetzt nicht mehr bewegen? Nein, darfst du nicht. Hi, Jasmin. Lost. Hi! Oh, bitte käm ich mich nicht. Ey, mein Juni-Kon! Nein, 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 nein! Oh, vielleicht redet sie mit mir. Ich seh dich, ich seh dich. Vielleicht wollen die mich alle nicht umfingen, weil sie alle mit mir Mitleid haben. Und wo guckst du jetzt? Guck, guck. Ah! Oh, Ava-Unicorn. Bitte nicht. Bitte, ich bin doch nicht. Oh, nicht. Oh, nein. Ich bin doch ganz unschuldig. Ich tu keinem was. Gegen Ava-Unicorn. Ich tu dir nix, du tuest dir nix. Sie wundert sich, ob ich gerade auf den Kameras gucke. Ja. Und dass sie dann rausgehe. Sie wundert sich, warum ich nicht mich bewege. Ah, jetzt ist sie weggegangen. Kommst du, Sabotage, das ist gefährlich. Da kann ich nämlich nicht mehr auf den Kameras gucken. Da muss ich die ganze Zeit neben dir stehen. Oh, das wusste doch jemand, dass du das machst. Warum habe ich das nur auf Instagram gesagt? Oh, nein. Oh, wer war es? Ist er ewig oder was? Die Ava-Unicorn ist tot. Oh, warte, wo kann ich schreiben? Wo? 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 In Admin. Sollen wir skippen? Nein, wir voten. Wen voten wir denn? Nein, wir skippen. Und wir haben kein Evidence. Ach, Skip-Vote. Ich wollte aber voten. Jetzt hast du geskippt. Okay, ich kann ja mal eine Runde Bait sein, aber... Nein, nein, alles gut. Ich bin dein Bait. No one was ejected skippt. Wenn jetzt aber die Kamera kaputt ist, wie komme ich zu der Kamera? Warte, warte, bleib stehen. Bleib stehen. Ich habe immer stehen Probleme mit... Und wenn jemand dich tötet, dann sagst du mir es einfach, okay? Naja, das ist aber jetzt auch doof. Nee, ich lauf hier rum. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Wurde schon gesetzt. Mama, es wird schon gesetzt. Ja, wo sind denn die Security-Kameras? Warte, warte. Ich habe Probleme, durch Türen zu gehen. Das weißt du. So, da bleib stehen. Okay. Ah, Jenny. Alle sind sie jetzt bei mir. Was soll das? Oh Gott, ich ziehe richtig vor lauter Angespanntheit die Schultern hoch. Ah, jetzt sind sie alle weg. Jetzt kann ich gechillt sein. Und wo bist du bitte? Ich bin hier bei ein 6. Jenny left the game. Hey, Jenny. Okay, und jetzt? Musst du warten. Es ist für eins. Fals hat mich getötet. Du brauchst den Bait, aber dann war es die Security-Carrie der Bait. Warum hast du den E-Mail-Porten? Warte, report. Nein, du musst ja auch dahin gehen. Ach so, aber hier, jetzt kann ich doch sagen, es war weiß, ja? Ne, ich habe ja nichts gesehen. Das ist ja jetzt gemein. Kann ich auch voten? Ja, kann. Wenn es weiß ist, grün, grün, grün. Aber da ist noch gar nichts. Ja, wenn es weiß ist. Wo? Okay, wo bist du umgebracht worden? Security. Und hier? No rejected skipped. One imposter remains. Alles. Jetzt weiß ich aber auch, wer auch immer Ninja hat, an mich kommst du nicht dran. Und du redest mit den anderen Geistern. Oh, guck mal, mein Hut. Das ist jetzt so traurig. Ja, ja, mag ja sein. Oh nein. Ich bin tot. Ich wusste, wer es ist und habe mich trotzdem töten lassen. Wow. Wie dumm kann man nur sein. Hi. Warum reportet keiner? Jetzt liefst du mich. Jetzt liefst du mich. Ja, hi. Und dann kam es ja so, wo ist er hin? Wo ist er hin? Ich bin voll fertig mit der Welt. Warum? Jetzt wurden wir beide getötet. Warum macht hier keiner, ah, jetzt dead body reported. Okay, Mist. Jade is dead. Da, da, da. Ja. Und Jenny auch. Und White, fast alle. Kannst du wieder grüßen. Okay. Hi, wie her. Ich soll dir Gruß von Ava Unicorn geben. Und? Victory. Oh. Ich soll dir ganz schön drücken. Ganz schön böse. Ich soll alles selber vorbauen. Play again. Oh, 10 von 10. Start game. Ich mag es. Und? Du bist great. Das habe ich gesehen. Und du? Ich bin auch. Soll ich mich wieder in die Kamera stellen? Ja, du musst irgendwo, wo eine Kamera ist, musst du dich hinstellen. Ich kann nur zickzack laufen. Ey, wir gehen, komm. Okay, Lena. Was macht Lena da? Macht die einen Task? Oder? Oh. Wo? Wo? Hast du nichts gesehen? Nein. Wir brauchen die Kamera. Disconnected. Oh, nein. Warte mal. Dann machen wir noch einen Server. Das ist ja doof. Dann musst du schnell noch Bescheid sagen. Okay. Ich auch. Ich wäre so gerne mal. Stell dich irgendwo hin, wo Kameras sind. Du weißt, wie es funktioniert. Ja, ich muss immer gegen irgendwas laufen. Dann halte ich an. Mimimimimimi. Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich nicht. Oder ich sehe dich. Mimimimimi. Lena. Hi. Und Pinkie Pie. Oh, Mimmi hat mich umgebracht! Mimmi! Mimmi, was? Du bist es! Mimmi was der Impostor, Zero Impostor remain. Das ist das letzte Spiel. Okay. Pssst. Was ist? Ich hab's gesehen. Oh, Schande. Bitte bring mich nicht auf. Also ich werde jetzt einfach andere töten. Komm, Hamster. Wir versperken uns. Ich werde einfach so tun. Ich werde dich aber nicht töten. Ich stelle mich einfach mal da drauf. Ich weiß nicht mal, wie man so Tasks macht. Hi, Jasmin. Tschüss. Wen hast du umgebracht? Das war Stark. Was bedeutet das denn? Stark in Huddle. Ich bin so dran gewöhnt, dass ich sofort sterbe. Dass wenn ich nicht sterbe, bin ich total verwirrt, dass ich nicht tot bin. No, Sejected. Skip. One Impostor remains. Das bin natürlich ich. Okay, Duncan. Ich bin wieder so, als ob ich bei den Kameras bin. Okay, warte. Ich geh zu Lena und mach ihr ein bisschen Angst. Wo ist Lena? Wer ist alleine? Ich muss so tun, als ob ich keinen Glück habe. Weil ich so langsam laufe, kann ich niemanden finden. You're venting. Lena hat's einfach nicht gesehen. Gut. Okay. Emergency meeting. Hast du jemanden umgebracht? Ja. Was ist? Wo? Wer? Wo? Wo? Wo habe ich überhaupt keine Ahnung? Leb ich noch? Ja, ich bin noch da. Ich kann noch schreien. Skip. Ich bin zu dich. Skip vote. Okay. I voted. I skipped. Ich konnte hier auch rausvoten. Uuuuh. Keine Sorgen. No, Sejected. Skipped. One Impostor remains. Okay. Gut. Die sind so schnell. Warum können alle gut laufen außer mir? Hi. Justin ist auch dabei. Versuchst du die Lena umzubringen oder was? Aber jetzt nicht mich umbringen. Bitte. Oder du, danke. Ich bin, also zumindest nimmt sie mich nur als Köder. Aber selber töten möchte sie mich nicht. Was ist Lena? Ich mache meine Tasks. Hi Pinky. Hi. Hi Pinky. Ich werde jetzt den ganzen Tag nur in Events live. Hast du schon wieder jemanden umgebracht? Ja! Oh, oh. Onion! Oh nein, Jasmine lost is lost und Emma auch. War bei Pinky. Prove it. Ich vote Pink. No one's rejected. Hi. One imposter remains. Ich gehe einfach weg von Einzelnen. Nein, ich will nicht von euch getätet werden. Okay, ich lauf einfach weiter bei Pinky, weil dann bin ich sicher. Pinky mag das nicht, dass ich ihr hinterher laufe, glaube ich. Schau mal. Hi Pinky. Hi. Wir brauchen keine Angst haben. Aber jetzt nicht mich umsonst, äh, mich aus Versehen umbringen, ja? Du versuchst doch die Pinky umzukommen. Ja, und? Warte, kannst du reingehen, dass ich sagen kann, es ist ein Star-Kill. Nein. Ach so, warte. So, und jetzt schnell. Ich habe es genau gesehen, wie das Blut geflossen ist. Ein Star-Kill. Mimi hat voted, kann ich schon voten? Ich vote Star-Box. Ich vote Mimi. Mimi sagt auch nicht Wünschen. So ein Star-Kill. Ohhhh. Oh no, the technical time. Wie lange kann das Spiel denn noch gehen? Ganz lange. Ganz lange. Ich mag es, weil ich post-level Mimi. Ich glaube, Lena ist AFK. Haha, jetzt bleibe ich einfach nur im Event. Hast du schon jemanden umgebracht? Ja, ich habe ja. Ah, jetzt. Ich war es nicht. Oh nein, das gibt es doch nicht. Wie lange soll das denn hier noch gehen? Unsere Kamera überhitzt schon, Ava. Keine Sorge, diese Runde macht Spaß. Ja, aber wenn die Kamera nicht mehr geht, dann haben wir ein Problem. Okay, ich versuche es schnell zu machen. Gut. Hi. Da kann man noch einen machen. Hast du schon wieder gekillt? Ja. Hier. Dead Body reported. Wenn ich noch zwei Leute töte, habe ich das Spiel gewonnen. Oh. For Security. So. Ich war fleißig. Ich wollte einfach mal Lena. Bye, bye. Jetzt muss ich nur noch eine Person töten. Lena, was ist noch die Imposter? Ich könnte jetzt einfach jemanden töten. Vor jeden. Ja, mach mal. Du kannst ja mich töten. Ich werde Starbucks töten. Okay. Hey Starbucks. Hey Starbucks. Warte. Ich will dabei sein. Nein. Ah, die Feed. Dann würde ich sagen, lasst uns doch einen fetten Daumen nach oben da, wenn wir sowas nochmal machen sollen. Mir hat das viel Spaß gemacht. Danke. Mir auch. Ich lasse dich gar nicht reden. Danke an alle von euch, die dabei waren. Es hat so viel Spaß gemacht und wir sehen euch dann beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao!!! Ciao!!! Und jetzt den ganzen stayed real quick!